Freiheit ist unser oberstes Kult und genau dasselbe sollte auch für die Energiewirtschaft gelten. Soll die Energie weiterhin von einem Kohlekraftwerk oder anderen konventionellen Kraftwerken kommen, die unsere Umwelt belasten und unseren Planeten zerstören? Wäre es nicht sinnvoll, wenn Sie selbst entscheiden könnten, woher Ihre Energie kommt? Meiner Meinung nach ist es intelligenter, lokale Energie zu fördern, anstatt diese von weit weg zu beziehen. Wie wäre es, wenn die Energie von der Solaranlage vom Nachbar oder vom Wasserkraftwerk in Ihre Nähe kommt? Die Virtual Global Trading hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Energiewende mit Taten anstatt Worten mitzugestalten und voranzubringen. Wir in Aarau haben uns allen heutigen und zukünftigen Herausforderungen der Energiewirtschaft gestellt. Und eine Plattform namens INET für Sie entwickelt. Eine einfache Lösung für ein komplexes Problem für die Schweiz und den Rest der Welt. INET verbindet Menschen mit Energie. Wissen Sie, woher die Energie eigentlich kommt, die Sie tagtäglich beziehen? Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht? Wie viel CO2-Ausstoss Sie verursachen, weil Sie Energie beziehen, dessen Ursprung Sie gar nicht kennen? Aktuell gibt es keine bis wenig Möglichkeiten, Ihren CO2-Ausstoss zu verhindern. Es ist höchste Zeit, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, unseren Planeten zu schützen und lokale Energieproduzenten zu fördern. Übernehmen Sie endlich Verantwortung für sich selbst und zukünftige Generationen wahr. INET ermöglicht es Ihnen. Mit einem Finger bewegen Sie Welten. Retten unseren Planeten, fördern das lokale Gewerbe und sichern mit uns eine nachhaltige und saubere Energiegewinnung für sich selbst und zukünftige Generationen. Danke für Ihre Zusammenarbeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.